Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Kölschi on Tour. Let's Play American Truck Simulator Staffel 2 Folge 5. Jo, wir haben es hier gerade mitten in der Nacht. Und wir machen uns auf den Weg von Sacramento nach Reading mit einem Vorratstank. Mit, joa, leichten 10 Tonnen, sag ich mal. Jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier halbwegs unfallfrei aus dieser kleinen Baustelle hier raus buxiert kriegen. So, jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier halbwegs sind. So, jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier halbwegs sind. So, jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier halbwegs sind. So, und jetzt eiern wir mal nachts über den Highway. So, und jetzt eiern wir mal nachts über den Highway. Was ist jetzt? Vorsicht, Traktoren, oder was? Ja, das fehlte noch. Schön nachts noch ein Trecker auf dem Highway. Läuft. Hm, eben gerade habe ich noch gedacht. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir auf die Waage müssen. Da kommt's. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Na dann, auf Wieder. Tschöö. Okay. Irgendwie steht hier auch wirklich an Jägerecke die liebe Polizei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir fahren mit schön gemütlichen 55 Meilen weiter hier, bis wir unser Ziel dann irgendwann mal erreichen. Wir haben ein bisschen Glück sogar dann wieder im Hellen. Dann könnt ihr euch wieder darüber lustig machen, wie blöd ich doch beim Einparken bin. Aber vielleicht habe ich ja auch mal Glück und es funktioniert dann mal auf Anhieb. Okay. 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 Die 55 Meilen zieht da aber auch konstant durch hier. Die 55 Meilen zieht da aber auch konstant durch hier. Die nächste Highway-Ausfahrt ist dann auch schon wieder. Oh, sie sind ja sogar schon da. Oh, ho. Oh. 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 was außerhalb, aber doch ganz gut in Reichweite. So, nächste rechts. So, wo müssen wir hin? Dahinten müssen wir hin. Okay. So, so 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 so